Pantomime ist, kann man ja nicht lernen, das hat man, das ist da, das ist man, das hat viel mit Sexualität zu tun. Und das könnt ihr bei mir lernen in meinem nächsten Film, der Therapeut, das ist der Therapeut, das ist in der Geschichte von einem geistig minderbemitteten Sexualtherapeuten. Und der wird ein krasser Arthausfilm, man muss sich das so vorstellen, ein Mann, der einmal Sex hatte, da war er ja noch elf, so, da war er elf, er war, äh, danke. Sag mal, was ist denn das? Bitte, sag mal, ihr könnt ja zaubern, das ist übrigens mein übernächstes Projekt, das heißt der Illusionist, mich als Elfjährigen, wird ein kleinwüchsiger Schauspieler darstellen, der hat uns seine Schwester mitgebracht, ja. Und, äh. Der Therapeut kommt ins Kino und der Illusionist ist dann der Film danach, der sich mit den Folgen dieser Sexualtherapie auseinandersetzt, der Illusionist.